Metal Leute und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen rumpeligen Anti-Mobbing Kanal. Viele von euch haben es mitbekommen mir geht es momentan nicht so gut und es hat mehrere Gründe aber wir haben euch vor für die Leute die im Livestream waren wir haben euch vor ein zwei Wochen erzählt dass ich vor der Treppe gefallen bin und ich habe mir dabei das Bein verletzt. Man dachte zum Anfang das wird von alleine gut, wird es aber offensichtlich nicht. Ich war gestern in der Notaufnahme und mir wurde gesagt ich muss mich operieren lassen weil ich ansonsten in Gefahr laufe mein Bein oder tatsächlich mein Leben zu verlieren. Ich habe da gestern für unterschrieben, dass ich es nicht tue. Ich werde aber heute dahin gehen und ich werde für die nächsten zwei bis drei Wochen ausfallen. Wer hätte das gedacht, dass die beinlose Staffel bei mir eher kommt als bei Rainer, ne? Naja, ich weiß nicht ob ich euch irgendwie was hochladen kann. Wenn ich euch was hochladen kann, ist es vielleicht keine Reaction, vielleicht einfach nur eine Meinung. vielleicht kann ich euch einfach nur Handy wieder hochladen. Ohne Sunhill, ohne Intro, ohne Outro. Tut mir wirklich leid. Mir geht es auch nicht gut damit. Ich hoffe ihr bleibt trotzdem da. Denkt bitte immer an eure Tabletten. Lass knacken. Hakune Matata. Und mein Lauf. Ich komm bald wieder versprochen. Ich bin bald wieder versprochen. Untertitelung des ZDF, 2020